Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lien. Jo, ich habe ohne Ende, äh, Echsenwald Monsterjagd, ähm, aufgenommen. Ohne... Ja, egal, ähm, was wollte ich sagen, genau, Solo-Abenteuer, Monsterjagd, zeige ich euch schnell. So, haben wir die Pferdenleserin fertig und den Kanonier fertig. Ich habe jetzt aber Lust auf eine normale Leather-Runde. Ich weiß nicht, wie lange das Video wird, aber ich mache jetzt nochmal den, äh, Q-Block, den ich schon mal hatte, weil ich immer noch die Dämonen-Quests habe. Und danach probiere ich, glaube ich, nochmal den Druiden. Vielleicht baue ich auch ein bisschen ein anderes Druiden-Deck. Mal sehen. Gut, das darf doch nicht wahr sein, jedes Mal, oder? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Lebensentzug behalte ich mal auf Verstarrtland. Oh, das ist cool. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich nehme ein Buch. Ich nehme ein Buch. Sehr coole Hand. Kann ich, glaube ich, gar nicht meckern. Ich bin ich, glaube ich, gar nicht. Lohnt sich eigentlich nicht. Aber ich hatte drei Mana. Ich hätte nicht mehr tappen können. Äh. Jo. 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 Oh, könnte auch so lockt sein. Okay. 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 Eure Magie wird euch nicht retten. Gut gespielt. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh ja, sie werden jetzt mir dienen. Wer fragt, es mich zu beschwören. Hoffnung, ich schwinge. Ja, ein Geduld. Nice. Guter Start ins Video. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir gehören. Wie ist hart? Gegen Priester will ich Bergriesen-Action machen? Na komm, probieren wir es mal. Wobei Schattenwort Tod und so Sachen ist halt bisschen doof. Ich nehme ein Buch. Nice. Du. Hat er aber Glück, dass er die auf der Hand hat. Schattenwort Tod. Das wär übel. Kann er nicht. Nice. Hm. Mh. Oh ja. Sie werden jetzt. Oh ja. Sie werden jetzt. Tod. Ich könnte ihm ins Face hauen. Oder ich könnte den traden. Den dann cuben. Und nochmal. Ja. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Direkt surrendered. Direkt. Es geht direkt. Det �recht. Geil. Ich bin ein sehr großer Fan. Oh Gott. es gibt wieder 5 5 den ich den ich ok baku ohne quest wahrscheinlich ja ok dann kein mann hat sie karte sehen oder skippen es gibt ich will den coin lieber für vier mana haben die waffe genau jetzt eine karte ziehen dann im nächsten zug habe ich drei spiel ich den kann ich im nächsten zug den machen ja auch nice bergriesen habe ich fast sogar besser als die waffe die ist zu slow ne passiert nix vielleicht hätte ich auch zeit die frage hat er noch ja ja ich hätte gleich auf dem 5 einsam machen müssen das war ein fehler der wird mir gehören warte ich mal falls das so log ist ja 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 großartig Was passiert, wenn ich? 6 Mana könnte ich wieder Cube mit Töten machen, oh wie scheiße, okay Na gut, da muss ein Hellfire ja raus Brauche ich mich den noch zu spielen? Nee Ich bin zu low Ich nehme ein Buch! Das Ende naht! Siegelgespiele. Hm. Acht habe ich auf der Hand. Eine Karte kann ich ziehen. Gut gespielt. Hm. 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 Ich die scheiß Siegel, ne? Oh ja. Sie will. Ah, ich will. Dunkelheit zieht auf. Dunkelheit zieht auf. Gut gespielt. Ah! 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 Okay. Was ist denn? Falls er den stehen lässt, was ich nicht glaube, dann wird er gecubed im nächsten Turn. Ich habe meine Waffe einfach nicht gezogen. Das ist bad. Das ist sehr bad. Ich knack den hier mal auf. Vernichtet das Deck des Gegners. Alles klar. GG. Das war's. Gut gespielt. Wer wagt es, mich zu beschwören? Nö, ein Kinderspiel. Wenn er mit beidem Face geht und sonst nichts macht, habe ich eine Chance, wenn ich Face gehe, cube, bumms. Ah, ne. Ne, ne. Dieses Mal gewinnt ihr. Schade. Spielt es den Dämonen aus? Ja. Also die Quest mache ich noch fertig. Eine Runde noch oder so. Guldan gegen Lunara. Der Wald erhitzt sich. Eure Seele wird mir gehören. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Oh Tricky Tricky Sniper Tricky Tricky Das Glock Tricky Das Glock Geh ich so weiter gehen? So, ich brauche Theoretisch nur einen auf zwei live zu bringen Dann sind alle tot, ne, mit dem Weil traden kann ich nur die beiden Vardos Ne Prise Totenpilz Die Ferse eines Schuhs Ich bin dieser Körse Um Ihr macht Hm So viele Möglichkeiten Oh ja Sie werden jetzt klären Dunkelheit Sieht aus Eure Magie wird euch nicht drehen Gut gespielt Ernichtet alle Diener Und mir fehlt Mana Ein Mana fehlt mir Ich frage mich ob Ich frage mich Schlinge, Schlinge... Mein, mein, alles mein! Was mir daran nicht gefällt, ich kann den nicht cuben und ich kann die Waffe nicht spielen, weil ich das hier spielen muss, naja mit etwas Glück, ah ok, nevermind, no luck for me Ah, Q von Life Leadschweck. Nice! schön so wir kaufen jetzt noch eine packung und machen die auf ja das deck habe ich euch am anfang gezeigt und das kennt ihr auch schon aus anderen episoden ich hoffe euch hat trotzdem ein bisschen gefallen noch mal so ein bisschen hexenmeister bis zum nächsten mal